so ganz witzig ist es natürlich bei nacht zu fliegen mit landesscheinwerfer dann kommen natürlich auch wunderbar die häuser im scheinwerferlicht zur geltung so wir wollen jetzt hinten wieder auf dem platz landen das terrain von dem platz ist wunderbar beleuchtet das macht richtig spaß sich das anzuschauen weil auch der fußballplatz davor die wiese und auch zwischen den bäumen der park sehr schön gleich beleuchtet ist logisch das ist die demo flughafen area die natürlich besonders schön gebaut und beleuchtet ist damit man gerade da besonderen spaß hat wenn man das erste mal fliegt jetzt kommen wir in den beleuchteten stadtteilen vom platz das ist natürlich wirklich schön anzusehen und das zeigt wieder mal wie schön es ist nicht nur zu fliegen sondern auch tatsächlich aus dem fenster zu gucken die lichteffekte sind wirklich sehr schön